Treffsicherheit mit Priamos. Die LED-Exchange GmbH hat das Ausbildungszentrum der Bonner Basketballer Telekom Baskets mit hauseigenen LEDs ausgerüstet. In der Dreifeldsporthalle trainieren die Teams der Jugend- und Amateurabteilung. Voraussetzungen für ein konzentriertes und effektives Training sind nicht nur ein hohes Maß an Motivation und spielerischem Geschick, sondern auch die richtige Beleuchtung. Um das Training für die Spieler noch effizienter zu gestalten, beauftragten die Telekom Baskets die LED-Exchange mit der Umrüstung der Sporthalle auf energieeffiziente LEDs. Um schnelle Bewegungsabläufe und einen guten Überblick über das gesamte Spielfeld zu erzielen, wird eine regelmäßige Leuchtenanordnung und eine Lichtstärke von mindestens 300 Lux benötigt. Das im eigenen Lichtlabor der LED-Exchange entwickelte LineLight Priamos erfüllt diese Bedingungen und ist mit 155 Lumen pro Watt die wirtschaftlichste LED-Leuchte am Markt. Sie gibt ein angenehmes helles Licht ab und vermindert die Schattenbildung, ideal also für ein Basketballfeld. Die Lebensdauer beträgt ca. 100.000 Stunden. Dies senkt die Wartungs- und Landschaftungskosten. Innerhalb von nur zehn Tagen wurde die komplette Sporthalle mit dem neuen Lichtbandsystem ausgestattet. Die Trainer und auch die Spieler sind von der neuen Beleuchtung restlos begeistert. Als ich im Sommer zurück in die Halle gekommen bin, sind mir sofort die neuen LED-Lampen aufgefallen. Wir, die Telekom Baskets Bonn, bedanken uns bei LED-Exchange für das Upgrade in unserem Ausbildungszentrum. Deutlich besseres Licht, klarer und heller. So macht das Trainieren noch mehr Spaß. Vielen Dank. Auch die deutsche Basketball-Nationalmannschaft, die im Rahmen ihrer Vorbereitung auf die anstehenden Europameisterschaften in Bonn ihren Auftaktlehrgang abhielt, war positiv von den neuen Beleuchtungsbedingungen überrascht. Dank des neuen helleren LED-Lichts konnten die Spieler auch regelmäßig Extraschichten an den Abendstunden einlegen. Optimale Lichtverhältnisse von früh bis spät sorgen für bestmögliche Trainingsbedingungen. Auch hier überzeugt der König der Lichtbandsysteme auf ganzer Linie.